Der langjährige Bundesliga-Profi Valerian Ismael soll laut übereinstimmenden Medienberichten neuer Trainer des österreichischen Erstligisten Linzer Aas werden. Der 43-jährige Franzose würde die Nachfolge von Oliver Glasner, 44, antreten, der neuer Chefcoach des VfL Wolfsburg wird. Der gebürtige Straßburger Ismael war als Coach unter anderem beim VfL Wolfsburg und dem 1. FC Nürnberg tätig gewesen. Am Dienstag soll die Vorstellung Ismaels erfolgen, meist gelesene Artikel Fußball, Regionalliga Bayern FC Bayern 2 steigt in die 3. Liga auf Motorsport, Formel 1 Hamilton siegt in Monaco vor Vettelfußball, DFB-Pokal Hoeneß-Kovac bleibt Bayern-Tränger-Fußball, Bundesliga-Beckmann, FCB-Boss fast unverschämt-Fußball, DFB-Pokal-Rang-Nick hätte Elfer geben müssen. Let's block it. Why? 2 5 2 4 4 5 Untertitelung. BR 2018